Ich baue die Tesla-Spulen nicht aus Spaß. Verdammte Rassisten. So, jetzt fahren wir mal da drüber. So, die lassen wir erstmal noch. Alliierte Einheit im Gebäude zerstören. Wollen wir damit irgendwas sagen? Ja, geh mal sammeln. Das ist mein Befehl. Jetzt habe ich sechs Sammler, ne? Fahr natürlich wieder so weit wie möglich von den Trafinarien weg. Ist ja klar. War nie anders. Und... Mission 9 ist... Nein, Mission 9. Einfache Mission. Also hoffe ich mal, dass sie einfach ist. So, wir errichten mal ein... Feld. Falsche Pumpen. Die waren total scheiße, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann bohren wir mal noch ein... Etwas größeres... Kraftwerk. Also... Theoretisch, ne? Hä, ich hab zwei Tesla-Schwulen, die halten den Feind auf. 10.000 Panzer! Pfff! Alles für ne Harsch. Ich glaub, das Flugzeug war ewig langsam und ist dauernd abgeschossen worden oder so. Ach, halt's Maul. Aus Maul, Baul! Ich kann immer noch ein Flammtum und einen Zwinger bauen, weil ich meine Kaserne hatte. Haha, Kaserne lungsig. Komm schon. Jetzt kann ich einen Großkraft verbauen. Ich bau zwei Rakete. Haha. Bau ich nicht. Ist zwar besser als die Artillerie meiner Meinung nach, aber ich bau sie trotzdem nicht. Komm schon. Und das waren da Trappen, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist ein deilischer Musik läuft grad mal wieder. Komm schon, ich brauch 10.000 Panzer und... Warum können sie mir nicht einfach die Armee, die ich in der vorherigen Mission hatte, schicken? Ich mein... Was passiert mit den Einheiten? Wenn die verschrottet? Haha, ja. Was zur... Was will der denn da? Was macht der da? Was macht der da? Oh na, ey. Nee, ich sag nicht, dass das die Mission ist, wo sie Minen überall hinlegen und die Sammler reinfahren und... Oh Gott. Ich glaub, das ist die Mission. Einheit bereit. Einheit bereit. Mehr Einsatzfahrzeug. Konstruktion. Oh, leck mich. Doch, wie er anhält. Fahr drüber! Fahr... Dann eben nicht. Kann ich... Kann ich Mammutpanzer bauen? Nee. Ich kann nichts dadurch bauen. Also, wir kaufen es wieder. Wir beide zertarzt. Jawohl. In Ordnung. Sie sind gebaut. Ich liebe Sachen, die nutzlos sind. Ich baue die unglaublich gern. Und wir sehen schon, wo die halbe Basis ist? Naja, nicht wirklich. Ich glaub, das sind alles nur Ertrappen, bis auf die Kaserne oder so. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Die Mission kann ich mich noch grob erinnern. Ich mochte sie nicht. Och, was wollt ihr denn alle? Was haben euch meine Sammler denn getan? Warum seid ihr so rassistisch gegenüber Sammlern? Warum lässt... Zerschießen würde das ernst. Ach, ich hasse es. Ich hasse es. Dabei sind nur so wenig da. Und was ist das denn jetzt? Was soll das? Kann ich das wegmachen? Oder kriege ich da neue Einheiten? Kann mir mal erklären, ob ich mir bei solchen Dingen Sorgen machen sollte? Oder ob ich sowas getrost ignorieren kann? Neue Bauoption? Was? Wien legen. Ah! Habe ich jetzt eben einen Sammler verloren? Ne, zwei, vier, sieben... Aber ich könnte einen verlieren. Boah, jetzt bleibt doch mal stehen! Hatte ich nicht noch mehr Panzer? Ja, aber die fahren wieder irgendwo durch die Weltgeschichte rum. Was? Also irgendwie machen die Panzer auf aller ihrer Seite viel weniger Schaden. Und vor allem, wo kommt das her? Wer hat das hingelegt, hm? Das muss doch irgendeiner gelegt haben! Und warum brauche ich keine weiteren Panzer? Wird gebaut! Und ich brauche dringend noch ein Kraftwerk. Bin ich jetzt mal der Meinung? Und dann schauen wir uns mal da oben um. Und... Wir treffen da oben ein paar Fallschirm und springen ab. Oh, Kraftwerk! Und das sind ihre gefährlichen Tarnenbunker. Die man total einfach sehen kann. Ach, welche Einharder habe ich denn jetzt schon da verloren? Oder war das Fallschirm? Das... Das konnte natürlich auch sein. Also... Zwo... Vier... Fünf... Sechs... So, da ist die noch alle da. Und ich brauche definitiv mehr Panzer. Oder brauche ich nicht mehr Panzer? So, und ich sollte vielleicht mal... äh... Tesla-Schwule dahinter bauen. Muss ich so wie Silos bauen. So. Da lebt ja noch so ein Infanterist. Einer dieser... Bösartigen... Psychopathen. Die aus irgendeiner Innenanstalt... Also aus einer Kirche entkommen sind. Die Kirche sind böse. Und deswegen müssen wir alle niederbrennen. Und... Grausam hinrichten. Ganz human eben. Wie man das so macht. Wie man jemanden nicht mag, ne? Kennt ihr bestimmt, ne? Mein Wert noch nie jemanden qualvoll hin gerichtet. Das geht aus. Sehr gerne. Hier geht mir so auf... Wo fährst du denn schon wieder rum? Welde mich wie gewohlen. Welde mich wie gewohlen. Du zerstörer. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Es kotzt mich so an. So, hier laufen wir da runter. In Ordnung. Wo bleibt die rennen? Nicht trödelt herum. Ah, die machen meine Sammler kaputt. Diese Söhne ihrer Mütter. Bauern Panzer. Ich brauche Panzer. Komm schon, mach dich mal platt hier. Mensch, das sind doch nur so ein paar Spielzeugpanzer, leh. Hey, wie könnt ihr mich überhaupt töten? Ja, Sir. Bei mir wäre das nie gegangen. Also, wenn ich Alliierter gewesen wäre. Erwart ihre Befehle. In Ordnung. Tötet mal den. Er lebt. Das stört mich. Ich werde es doch schon wieder schießen. Schießt denn da schon wieder? Ach so. Mal spüren ein Arschflugzeug. Ja, bau noch einen. Hä? Keine Ahnung, wo es da schon wieder schießt und worauf. Da kommt schon wieder diese kacken Minenleger. So, das Dorf ist jetzt erstmal Asche. Wie der immer da rumfahren. Wie der immer wieder da rumfahren. Ich wollte schon wieder Minen legen, dieser Mistkerl. Ich hab's genau gesehen. Wo fährst du denn jetzt hin? Nein! Nein! Einfach nur Nein! 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 Panzer bauen. Jetzt muss ich mal wieder mit 100... Das sind 120mm Kanonen. Warum stirbt der nicht sofort? Kann mir das mal jemand erklären? Ja, fahr mal dann aussammeln. Ja, fahr mal dann aussammeln. Machst du ja eh! Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Alta. Also, wozu pall ich die überhaupt noch auf? Sichern. So, jetzt machen wir erstmal das Ding da platt. Das ist nämlich definitiv keine Attrappe. Ja, Sir. Verständlich. Der Panzer da auch nicht. So, erst mal die Gebäude plätten. Wart mal da drüber. Ja. So, was ist denn da alles Attrappe? Das ist echt. Stirbst du bitte? Du auch Das ist eine Attrappe, glaube ich Das ist keine Attrappe, weil die gibt es gar nicht als Attrappe Das ist Ist das eine Attrappe? Das ist eine Attrappe So Damit hätten wir erstmal Leicht angedeutet, wer hier das Sagen Hat So, was steht da oben noch? Ach, das ist ein Sammler Was steht denn da oben noch rum? Das gehört doch auch zu mir Ich frage mich gerade, ob ich das schaffe Ach, was soll's Das Such macht genug Wo fährst du denn jetzt hin? Natürlich, wohin denn sonst? Voll in den Feind, ist doch klar So weit kommt der gar nicht erst Jetzt habe ich gerade einen Sammler verloren Toll Ganz großes Kino Ganz, ganz großes Kino Was? Nein, ihr Kommt, fahr weg Das müsste doch normal, oder? Gleich da rum sein, oder? Die schöne Sandsecke kaputt fahren Ja, das ist doch da gleich Na, wird das gleich weg? Ist da aber Sammeln? Was? Super, jetzt kommen sie auch noch mit diesen scheiß Booten Woher nicht reichen die U-Boote, wo ich hab? Boah, was geht denn jetzt ab? Immer platt Ich fahrt mal weiter rauf Spirolautflugzeug hierhin Da will ich's hinhaben Treffst du die nicht? Mir gefällt nicht, wo die sich hinstellen Hallo, du sollst das sammeln Was zur Hölle, ist denn jetzt kaputt? Was hab ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich bin doch bloß da rauf gefahren Was zur Hölle? Ja, Jungs, jetzt steht doch mal nicht rum Er senkt die Dinger lieber mal Und ihr zieht euch mal ein wenig zurück hier Was hab ich denn schon wieder gemacht? Ach, dass die mich schon wieder so aggressiv angreifen Vorher unten kommen sie auch schon wieder Ich bin doch bloß da rauf zum Sammeln gefahren Oh, ich hab doch Panzer da stehen Diesen Markierungsbuck noch nicht hätte Ach, halt's Maul Oh, leck mich Warum greifen die mich jetzt so extrem an Und warum steht die alle nur dumm rum Macht nix Ja, komm schon Alter, was hab ich denn gemacht? Habe ich irgendwo hier einen Sammler angegriffen oder was? Jetzt fahr doch da mal drüber 120 Millimeter Kanonen 105 Millimeter, gut Ist doch scheißegal Halt's Maul Ich bin doch nicht mal aufgetaucht und der kann schon losschießen Halt's Maul Ja, was geht denn da jetzt los? Ich hab doch noch gar nichts gemacht Vielleicht soll ich mal was machen Einsatz sicher Ich hasse es Wo kommt die denn jetzt schon wieder her? Jetzt greift doch noch Wir sind über der Pampa rumfahren So, vielleicht wieder ein Panzertod Das ist Hammer So, ab, du hast die Schaden machen auch schwer Komm schon, macht die mal platt So, sammeln jetzt Können mich mal Braucht noch mehr Panzer Ab an die Front mit euch Wo ich die Tesla-Spulen gebaut hab Wo sie die bauen kann Braucht noch einen Sammler Und ich schau mal, was passiert, wenn ich jetzt ihren Sammler platt mach Einsatz gespeichert Ob sie dann unfreundlich zu mir werden Viel unfreundlich geht kaum noch Könnte ich mal da hinten absetzen Da steht ein Panzer Preußisch Spinachflugzeug Yeah, die Techniker An vorderster Front gleich Deck mal da hinten noch alles auf, bitte Und Einsatz nochmal sichern Alle Vielleicht sollen wir noch ein paar U-Booten bauen Da hinten sind immerhin Ähm Buh Hinten ist immerhin nicht sehr viel Das sind die Bunker Da ist gut Ich hab nichts bekommen, ey Oh, jetzt kommen sie schon wieder mit ihren Kack-Infanteristen Das nervt Ihr nervt Weil ich euch nicht töten kann Es ist so deprimierend Es kommt einem einfach nur vor wie ein schlechter Wo bist du denn schon wieder rumgefahren? Es ist ja auch so schwer Einfach mal grad dann Er will abhauen, er will abhauen Haltet ihn auf Stopp den Sohn deiner Mutter Und Framedrop Geh mal sammeln, Baby Und nehm bitte den direkten Weg Fahr doch mal da drüber Wo willst du denn hin? Da geht's nicht lang Hier ist Sperrgebiet Hier wird eine Autobahn gebaut Die sind richtig Planierrauben Die überall schon stehen Hä? Das Ding ist oft bereit, ne? Oh Gott Warum greifen die heute so mit so viel Infanterie an? Fahr doch mal rüber Bleibst du da? Jetzt bleibt doch mal stehen, ihr Mistkerle Jetzt bleibt stehen Ich brauch Geld Das ist doch so abartig Komm, mach den mal platt Es ist nur ein billiger Alliierter Kampfpanzer Und jetzt mach den Sammler platt Komm schon Komm schon Och leck mich Du machst das Du hältst ihn auf Er hält ihn halt echt auf Was für Idioten Das pisst mir der Fahrer auch noch an Ich glaub's einfach nicht Ziel wählen Und jetzt ist hier eine Funkstille Ich brauch U-Bohre Ich brauch toll viel U-Bohre Woher kommt denn das Bomberding Keine Ahnung Oh da So direkt drauf So du gehst jetzt auch sterben Geh sterben Boah, steht halt nicht dumm rum Fahrt mal hinterher Jaaah Reichen Fünf Warum bleibt er da jetzt wieder stehen Ja, das wisst ihr wahrscheinlich selber nicht Das Ding ist schon wieder bereit Hau ab Ist angesehen Ich wünsch alle Waffen würden so schnell aufladen Mach mal das Ding platt Mach das platt Mach das platt Das war's mit dem Kacksamler hier Soll der Scheiß überhaupt Oh, Ruhe Schicht im Schacht Ich hab falsch im Springer Ihr lebt ja noch Jungs Oh, ich hab hier ganz vergessen Du, du 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 Und du Und du auch Ach, leck mich Es dauert, bis das Geld immer da ist Ach, ist es nicht schön Zwei brauchen noch weg Aber jetzt ist Spannung angesagt Ha, ich hab Maschinenpistolen Was sollt ihr mir schon tun Ihr seid nur lächerliche Kampfpanzer Pah Ach Das sieht man erstmal die Vernichtungskraft von Maschinenpistolen Made in Germany wahrscheinlich Hallo Ihr sollt alle auf den Schi sein Ich bin jetzt aber wieder nicht gebacken Herrlich Einfach nur herrlich Sie wählen Einheit verloben Wird gebaut Jungs Die Jungs